Die Amigos, schreckliche Nachrichten verursachen Besorgnis, Karl-Heinz Ulrich und Bernd Ulrich sterben bei einem Autounfall Minuten nach der Rückkehr von Doris Beerdigung. In einer erschütternden Wendung des Schicksals verloren Karl-Heinz Ulrich und Bernd Ulrich, zwei enge Freunde, nur wenige Minuten nach ihrer Rückkehr von der Beerdigung von Doris Ulrich, ihr Leben bei einem tragischen Autounfall. Die Nachricht von dem Unfall verbreitete sich wie ein Lauffeuer und hinterließ die Gemeinschaft der Amigos in tiefer Trauer und Bestürzung. Karl-Heinz Ulrich, 74, und sein Bruder Bernd Ulrich, 72, gehören als die Amigos-Fest zur Schlagerbranche dazu. Seit den 1970er-Jahren begeistern die beiden Brüder ihre Fans nun schon mit ihrer Musik und stehen bis heute regelmäßig auf der Bühne, Gerade erst waren sie in Stefan-Mross-47, ARD-Show immer wieder sonntags zu Gast. Doch nun gibt es beunruhigende Neuigkeiten, wurden durch diese Tragödie aus dem Leben gerissen. Die beiden Männer kehrten gerade von der Beisetzung von Doris Ulrich, der Ehefrau von Karl-Heinz Ulrich, zurück, als sich der schreckliche Unfall ereignete. Ihre plötzliche und tragische Abreise hinterlässt eine schmerzhafte Leere in den Herzen ihrer Familien, Freunde und der gesamten Gemeinschaft. Die Amigos trauern um den Verlust zweier außergewöhnlicher Männer, die durch ihre Güte, Freundschaft und Großzügigkeit in Erinnerung bleiben werden. In dieser Zeit der Trauer und des Schocks sprechen wir den Familien Ulrich und allen Angehörigen unser aufrichtiges Beileid aus. Mögen sie Trost und Kraft finden, um diese schwierige Zeit zu überwinden.